Ja, unser Saisonstart hat begonnen. Wir sind jetzt gerade von Fehmarn los. Die Fehmarn-Sunkbrücke ist vielleicht im Hintergrund noch zu sehen. Die Ostsee hat uns wieder. Ja, unser Saisonstart hat begonnen. Wir sind jetzt gerade von Fehmarn los. Die Fehmarn-Sunkbrücke ist vielleicht im Hintergrund noch zu sehen. Die Ostsee hat uns wieder.